Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum zweiten Teil von meinem Let's Play zu Life is Strange. Ja, der letzte Teil ist sehr seltsam geendet. Warum ist das passiert? Und für mich? Du sagst es Max. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir irgendwie eine lebende Zeitmaschine sind und wir Vergangenes ungeschehen machen können oder verändern können. Und jetzt versuchen wir natürlich ganz schnell, das blauhaarige Mädchen zu retten. Ich sehe dich, Max Caulfield. Nicht even think about leaving here, until we talk about your entry. Mann, ich hab keine Zeit. Ich muss das Mädchen retten. Ich würde niemals eine der Fotografie, die future Star, die in ihr Bild herstellen. Äh, ja. Was auch immer. Ich werde nicht erfreuen, nur... ...weilen Zeit, wartet für den elusiven Moment. Genau. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Ah, okay. Jetzt sehe ich halt, dass ich das direkt verändern kann wieder. Das machen wir natürlich auch mal. Machen wir das Ungeschehen, was er gerade zu ihm gesagt hat. Ah, das hat er uns ja schon mal erzählt. Ah, dieses blöde Bitch. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of the photography's future stars avoid handing in her picture. Ja, und jetzt können wir ihm sein John Lennon, Zitat, in his face... Ich denke, John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Hm, hat ihm gefallen. Gut. Genug rumgeschleimt am Lehrer. Ich würde das eigentlich Cheating nennen. Real-life Cheating. Aber ein Scheiß ist das die Prämisse des Spiels. Gut. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier raus aus dem Klassenraum. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, um zu dem Kühlschrank zu kommen. Bitte, bitte. Ja. Ich kann niemandem sagen. Sie denken, ich bin verrückt. Wups. Sorry, Bro. Ups, falscher Knopf. R2 steht da. Nicht L2. Yo, Daniel. You remember that it's paid? We're going to be right. We're going to be right. We're going to be right here in den Waschraum. Okay, Max. Retrace every step. I washed my face. I shredded my photos. Schon wieder? Warum denn? Ich habe gedacht, ich kann das diesmal behalten. Mann, ey. And I took a photo. So, jetzt müssen sie eigentlich... Ja, da sind sie. Was mache ich jetzt? Kann ich da jetzt einfach hingehen, oder? Okay, das funktioniert nicht. Ah, das Feueralarm. Ich brauche eine Faust, um es zu öffnen. Oh, deine Faust. Was? Scheiße. Ah, okay. Ich kann es direkt wieder... Und das stimmt sie nochmal. Das war zu kurz. Nein, okay. Weiter zurück. Dann müsste ich eigentlich genug Zeit haben, um den Feueralarm auszulösen. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, also bewege ich das mal. Und da haben wir einen Hammer. Was? Wieso denn schon... Ah, okay. Also die Sachen, die ich aufsammle, Schlüsselobjekte, werden von den Zeitreisen nicht beeinflusst. Aber alles andere. Ist ja fast wie bei Majora's Mask. Ausalarm! Das ist eine Durchsage. Wir sind in diesem Gebäude nicht mehr sicher. Das hat nicht passiert. Das kann nicht real sein. Ich sah nur, dass eine Frau getötet wurde und dann sie sie schraubt hat. Was ist denn da passiert? Ja. Du bist nicht zufrieden. Sorry, dass ich gerade dazwischen gebrabbelt habe, aber genau so hört sich der Feuer- oder was auch immer Terror-Alarm in meiner Berufsschule an. Total behindert. Aber gut, jetzt können wir ja hier rausgehen. Was ist er denn für ein Mesogyn, ey? Blöder Spasti. Ja, Entschuldigung, dass die aufs Klo geht. Was fällt die ein? Was ist das? Achso, das ist nochmal so ein Vermissposter. Sprechen wir mit Latino Lex Lufa. Ah, okay. Okay, jetzt kann ich ihm also sagen, was Nathan gemacht hat oder ich kann es verheimlichen. Das ist natürlich die Frage. Auf der einen Seite will ich ja kein Anscheißer sein. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich nicht so ratsam, den Jungen weiterhin mit einer Knarre rumlaufen zu lassen in der Schule. Weil genau das ist jetzt halt so eine Entscheidung, die die Story wahrscheinlich sehr beeinflussen wird. Ja, aber ich denke, wenn wir... Pätzen ist scheiße, aber ich glaube, uns bleibt in diesem Fall einfach keine andere Wahl. Ja. Ich habe gerade gesehen, Nathan Prescott wenden eine Gange. In der Mädchen. Nathan Prescott. Du bist sicher? Ja. Er war in der Bühne, zu sprechen mit einem Gange. Ich habe alles gesehen. Er war schlauern wie verrückt. Okay, schlauhe. 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 So, jetzt hast du das gesehen, ohne ihn zu sehen. Ich habe die Gange. Ich habe das Recht zu sein, es ist die Mädchen. Ich weiß, ich weiß, ich will einfach komplett klar sein, was passiert. Herr Prescott ist von der Stadt der größte Stimme, und einer von Blackwell's größte Studenten. Also, es ist schwer für mich ihn zu sehen, dass er ein Weapon in der Mädchen in der Mädchen passiert. Also, was passiert dann? Dann... Dann hat er... Ich bin hier raus, zu fragen, was zu tun. Was? Du willst ihn? Es ist eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich werde mich persönlich schauen. Danke dir, dass du mich aningestet hast. Das ist es? Nach was ich dir? Wir werden diese Diskussion weiterдue. Later, in meinem Haus. Bitte geht es aus mit dem Rest des Klassens, Herrn Carfied. Ja. Natürlich dieser Akademie Drone wird nichts tun, denn die Prescott-Familie Aume-Einsch programmes modiert Blackwell. Ah, okay. Also wir haben jetzt gerade oben links gesehen, dass dieser Schmetterling im Bild war. Das heißt, dass das eine Aktion war, die Einflüsse haben wird. Das ist wahrscheinlich so wie bei The Walking Dead. Der und der wird sich daran erinnern. Und wir können jetzt einfach mal, just for fun, zurückspulen und schauen, was passiert, wenn wir mit der anderen Dialogoption weitermachen. Also, nehmen wir jetzt mal das andere. Oh, okay. 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 What? Was ist er denn für ein Spacken, Alter? Sag mal, arbeiten an dieser Schule nur Vollidioten, oder? Ja, Entschuldigung, dass ich aufs Klo gegangen bin. Was fällt mir ein? Ich muss irgendwelche Hintergedanken haben. Wahrscheinlich habe ich eine Bombe versteckt. Boah, ey. Ne, da war wohl die Option 1 besser. Und deswegen spule ich jetzt auch noch mal zurück. Und scheiß den anderen Pisser noch mal an. Kann ja wohl nicht wahr sein hier, ey. Das skippen wir jetzt mal. Also, ich editiere das jetzt hier nicht. Man kann, äh, gerade, konnte man eben gerade unten rechts sehen, dass da stand R1. Und skippen, damit kann man halt die Dialoge vorspulen. Und ich denke, jetzt sind wir hier. Ups, schon wieder falsche Taste. So geht das Rennen. Ja, gehen wir jetzt mal raus. Auf den Campus! Ja, jetzt schickt er ihn direkt in sein Büro. Das ist schön. Und ich muss sagen, der Campus gefällt mir. Sieht eigentlich relativ idyllisch aus. Da geht man noch gerne zur Schule. Und, hey, da vorne ist Oprah. Gehen wir zu Oprah. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch eine blöde Fotze ist, oder ob sie in Ordnung ist. Na klar, warum nicht? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy, should be a high school, not a high security penitentiary. Äh, das war dieser Creep, der mich das erste Mal schon angemacht hat, ne? Ja, weiß ich mal ihn. David Mattson, doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Hm, okay. Native Americans? Ureinwohner? Seriously? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Oh, kann ja nicht schaden, ne? Absolutly. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Na gut. Ah, okay. Also das hat jetzt auch schon Auswirkungen. Das ist cool. Aber gut, wenigstens wissen wir, dass zumindest eine Lehrerin hier nicht total die blöde Assi-Tussi ist. Oh, ein Jogger. Komm, wir joggen gemeinsam. Zurück. Und jetzt können wir gemeinsam joggen. Oh, was ist das? Varen. Okay. Ah, okay. Jetzt haben wir sogar auch hier Zugriff auf ihr Handy. Sie chattet hier mit Warren. Den kennen wir jetzt noch nicht. Okay, könnte sein, dass das ihr fester Freund ist. Oder zumindest fester Freund in Spee. Anscheinend schreiben die ja relativ viel zusammen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin fast sicher, dass wir im Handy auch noch andere Nachrichten finden. Schauen wir mal, was uns Mami so schreibt. Oh mein Gott. Die Mutter benutzt X-Smileys. Kate. Ach, das war die, die gemobbt wurde. Hm, okay. Und unser Vater. Hm, okay. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Gut, dann sollten wir jetzt wohl in unser Zimmer gehen und uns diesen USB-Stick besorgen. Aber wir haben neue Charakterprofile. Und die lesen wir uns wieder erstmal durch. Zumindest ich. Denkt dran, ich lese mir das jetzt in aller Ruhe durch. Ihr könnt dann gleich das einfach skippen. Bzw. ich mach das kürzer für euch. Und wenn ihr das auch lesen möchtet, dann pausiert ihr einfach das Video. Okay, das war informativ. Ähm. Was haben wir denn hier noch so? schwarzes Brett? I would so be there, if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Do the Bigfoot Stamp. Okay. Das ist anscheinend das Schultein. Ähm. Ja. Ich denke, ähm. Mit diesen Eindrücken dieses schönen Campuses. Beenden wir diesen Teil dieses Let's Plays erstmal. Ähm. Schaltet auch das. Wow. Wie geil ist das denn? Ein kleiner Gyrocopter. Okay. Schaltet auch den nächsten Teil des Let's Plays ein, wenn ihr diesen Gyrocopter wiedersehen wollt. Bis dahin sage ich danke fürs Ansehen und... Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö